Yo Leute, Willkommen zu Spark Challenge! Challenge! Mit deinem Lieblings Let's Player Wir haben doch einen Dach schaffen Du! Ja! Nee du! Ähm, renne ich halt richtige Richtung? Ja Doch Nein Doch Doch 9000 Nein, oh Mann ey Bei 9000 bin ich schon Die Kisten brauche ich Das brauche ich nicht Messboost Yay Jetzt müssen aber Hunde drin sein, weil jetzt ist es recht groß Hoffentlich nicht Doch Doch Nein Doch genug Knochen habe ich ja für eine kleine Mäder Ulpita Ein Vipita, zwei Fackeln Jetzt brauche ich nur noch Dispenser Aber wird natürlich nicht gleich nur einer sein dann, wenn ich welche fände Bin ich mit 10 Wollte schon sagen, wohnt aber das war eine Kuh 2 3 davon So, wie war das so, ne? Ein Werfer Hier nicht Ach man Äh Noch ein Werfer Noch ein Werfer Noch ein Werfer Achso, ich habe nur einen Bogen gemacht Noch ein Schicken Chicken Chicken Pups Chicken Pups So Das sieht doch schon mal super aus Aber das gehört? Was? Ja, ich habe es auf jeden Fall gehört Was? Ja, ich habe es auf jeden Fall gehört Chicken Pups Achso, okay Dann hast du es nicht gehört Gut Kann doch nur ein Chicken Pups gewesen sein Nö Ich dich kenne? Klar Aufgestoßen Achso, ja Das habe ich nicht gehört Nö Warte auch mal Junge Dann haben wir uns in der Aufnahme auch nicht gehört Doch dann ja Obwohl Ah, komm Das ist recht laut Also Echt hoch eingestellt Ach Ja, ist jetzt noch egal Ich brauche nicht immer so laut reden, deswegen Ist egal Boah, das Ding ist jetzt so groß und ich finde keine Hunde oder was Hoffentlich Ich doch Ähm Tiger War doch, ne? Ja, aber eigentlich Tiger Woher ging das noch mal? 1 2 Ich glaube Du bist ein Schweinchen 3 Oh yeah Ein kleines dicke Schweinchen Oh yeah Wie ging das noch mal? Ich glaube so Undis Die mich verarschen Jupp Das Ding ist jetzt wirklich voll groß, aber irgendwie finde ich ja nichts Ist doch besser so Ach komm Soll es doch nicht Nein Doch Bist doof Ähm Es so gemeint zu mir Leute Oh Gib ihnen einfach mal eine Runde mit Leid Nö Will ich nicht Besonders von dir nicht vielleicht Noch Nö Ähm Fackel So, ich mach das ja jetzt mal so, so, so Ja Ja Hier kommt der Sache näher Nein, Sachen nervt das Nur weil du nix findest Ach Ja Warum hab ich denn drei Pistons gemacht? Egal Und weil du doof bist Ja Aber einer zu viel Kann das? Fiema Und ist hier dunkel? Oh man Weil wir dunkeln Lässt sich so gut munkeln Wer findest du? Mhm So Wenn der Block drauf geht Geht die Fackel an Und die Fackel Und den Winstern hier Dann das ist das Tip-tip-de-de-de-de-de-de-de Die Fackel da drauf Das dahin Ja das kennt man ja Im Dschungel auch kanzelt resilience Obf ich Oztot gefunden hab Ja Das war spannchesNeues Ähm Mann Mann man denn so mama mia so man finde ich auch längst umliegende wolle nichts zum mitleid haben nein für wenig das war mir fast schon klar ja cool und kann das hier ist weiß ich nicht und das meiste ich bin sozialer mensch mit nader vorne er haben klein aber so bakswitsch ist glaube ich fertig ach ja und 5 3 erde und darauf ein einzelner stamm also wird also so ein baum der in die luft schwebt neues gefällt mir ich hatte doch irgendwo nach oder sie kann ich ja so als screenshot auch nutzen da hast du auch ausnahmsrecht dafür muss hier aber erstmal eben auskennen und obwohl ich nur noch mit so soll er nicht fünf minuten haben wir nichts besseres zu tun was denn immer so lange aufzunehmen soll ja fast kein fleisch mehr bakswitsch verdammter mist mussten mich bald echt mal hinstellen und erst mal komperaten die ganze zeit so das ding ist echt so riesig aber wirklich schön nix ist das denn amacentos wenn ich denn jetzt weiß ich nicht einmal steten da gut aber auch das geschäft gesteckt milga tiger hills weiß ich nicht noch ein neues biome könnte der vielleicht auch sein knochenmehl knochenmehl da sind noch mal 33 knochen und das ist nicht zeug wo drauf pilze wachsen ja versuch es einfach mal wirst du schon das denn glück haben ein mossy cobblestone kreuz ja noch mal ein foto davon aber schon abgebaut das ding mossy cobblestone kreuz wurde mal unter nö keine lust bin ich bescheuert oder oder markier das einfach mal das ist viel zu weit weg hier ist auch noch so eine auf dem boden hier ist überall sowas ja vielleicht irgendwas wenn man screenshot gemacht kann ich dir nach der aufnahme schicken herr aber komisch ne assiste und kreuze auch im wasser offen was vor überfragt mich jetzt mal bitte ich weiß es nicht hier fragt ich nix ich wüsste es auch nicht blöd blöd mit blöd 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 keine ahnung sehen ja 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 junge ja was ich jetzt bei dir hunde hast du hunde ja hunde hunde bakswitch oh cool bakswitch oh komm mit und ich mal sagen bakswitch immer noch ein zack und jetzt aus dem kauf vorstehen und jetzt habe ich die nachzunehmend auf die stirbt der jetzt äh drei hunde na reicht vier hunde reicht ich nehme alle mit wir sind gerade bach switch box 6 7 8 22 49 ich habe jetzt neun hunde mit mir ne alter schwede eigentlich kann ich ja jetzt auch wieder zurücklaufen jetzt habe ich das was ich wollte wasser muss zurücklaufen ja aber ich gehe jetzt mal pennen gut nacht neun hunde weißt du was geil ist die bach switch farm wir wollen stellen weißt du doch ginstadt ja hab ich denn noch knochen knochen was ist wenn ich über das wasser fahr ich glaube da kann die nicht hinterher aber haltet punkt zählt ja trotzdem da ist auch recht boot kaputt gegangen nur wegen den hunden weil die mit einmal gespawnt in dem hier und mich vorher gegen die wand gerammt haben putt 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 armes putt putt ja du mich ja auch hab dich auch ganz verliebt so eine kohle noch ich bin hier noch kohle dran ja ok ich hab noch einen neuen screenshot für die folge gemacht mal gucken vielleicht schnippe ich die folge die screenshot so zusammen wegen den ja kannst ja machen die schule so eine kreuze und moskow ist doch nicht was mit den dingern auf sich hat ja auch nicht vielleicht einfach nur so die hunde runterfallen überall hier seid so doof die hunde echt mix jetzt erst nein das wusste ich schon ganze zeit aber jetzt muss ich vielleicht warten die passen sich nur dein verhalten an ja kannst mich mal ich zum wirklich drei kreuzweise das gold minus 9206 viel spaß ja erfanden oh meine rüstung ist bald auch kaputt und ich bin bei minus 100 minus 182 notus 278 minus 9206 plus 1293 ist noch nicht putt also ich kann ja erst einfach zurückrennen die ganze zeit fünf folgen erstmal wieder hinten fünf folgen zurück ja das ist doch standardregel aber so brauche ich wenigstens nicht mehr los jetzt ne tagesrichtung so ja hast jetzt hast du jetzt was du wolltest in der portal habe ich auch noch die koordinaten gecheatet ist in der portal junge mache ich denn jetzt tun egal denn 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 keine truhe machen jetzt ich hatte 35 knochen ich habe zehn stück noch manche gegen beim ersten mal manche nicht aber bei und nix neuesten minuten schon wieder dunkel ich mache aber jetzt erstmal das essen fertig so dass wir zugelassen das tut mir leider leid leute aber ich brauche das muss sein was ja essen machen viel spaß was ist das hier eigentlich für ein blog na toll und dann wird er normal zu erde dann 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 naja ich mache mal eine alarmglock macht das das dreckend habe ich rubete mal die mein 13 fleisch für� ton muss doch das jetzt noch isst die gewärme vielleicht reCha mehresen vielleicht für den anderen auch noch oder vier peter das reicht also wenn so 17 stück habe ich jetzt den ein bisschen hingeschmissen da eine piste der eine piste und genug zuerst habe ich auch noch ja da habe ich mal habe ich keine mangel war komischerweise obwohl die hunde sind ja diejenigen die auch im wasser mitkommen mitkommen wenn du selber noch schwimmst auch wenn du ein boot fährst glaube ich aber so weit waren die entfernung auch nicht wer so lange weit so weit läuft wie du den ist das auch keine entfernung aber wie gesagt ist egal ich habe der volk zählte trotzdem nein bei denen ich mich auch so ein magst du dich noch nie ich weiß ja das weiß ich sowieso von dir naja vorgeht auch naja bis jetzt sind noch alle da so kommen wir auch sprach hinterher gesprungen wobei schwimmen die sind recht blöd dazu naja mein kopf also nicht die passen nicht auf dem verhalten des spielers immer noch an nein ja bei dir ja aber bei mir nicht ja wie gesagt mein kopf hat man das muss ich glaube machen welche koordinaten habe ich jetzt 8900 ja das dauert noch hast du ja noch mal folgen zu tun damit ja aber weißt du was ja folge zählte wollte ich auch sagen bis zum nächsten mal leute